So, okay, dann sind wir wieder da. Ich hab's jetzt, äh, mal hier geschaut. Ich weiß es aber trotzdem nicht mehr ganz. Obwohl's eigentlich so sein müsste jetzt und jetzt hier oben Holz drauf. Oh ja! Schön. Wie viele brauchen wir? Acht. Ist mir jetzt grad aufgefallen, wir haben nicht genug Stein dabei. Scheiße. Und das ist mir auch eingefallen, als ich kurz die Folge hier geschaut hab. Ah, da jetzt. Okay. Ähm, ich werde jetzt nur noch eine Viertelstunde machen und dann werde ich wieder going. So. Ich hab hier nur noch mal kurz auf die Uhr geschaut, weil ich würde dann gerne noch einen Kaffee trinken gehen. So. Ich mach mir mal kurz hier von der anderen Seite, ähm, von der Insel, von der Big Insel, hol ich mir noch kurz was. So. Ah, ich brauche noch nicht draußen rumlaufen. Ah. Und mein Computer ist schon wieder über jetzt, deswegen würde ich auch gerne einen Kaffee trinken gehen. Ähm. Was war's? Genau, hier Stein. Ah. Und wieder hoch. Aber die Musik gibt mir ein bisschen Laune. Ah ja, und das hier ist so ein kleiner Remix. So. Okay. Und hier noch. Aber so, oder? Ach, der. So. Und hier runternehmen. Ja. Das ist echt ein Fail schon die ganze Zeit. So, genau so. Und nicht anders. Geh ich wieder rüber. Auf die andere Seite und verbau das Ganze. So. Ich weiß, wir haben hier drüben ne, ne, ähm, ne Brücke gebaut, die überhaupt nix bringt. Äh, weil wir da so selten, ähm, so selten rüber gehen. Aber das, äh, ist ein bisschen ein Thema. Das ist eigentlich scheißegal, wie oft wir die benutzen. Das ist so ne, so ne Art Deko-Element halt. Ähm. So, oder? So, oder? Okay. Gut. Und natürlich den Schalter vorne haben. Okay. Okay. Ich glaube, da baue ich so ne kleine Umgehung irgendwie. Oder ich baue es gleich unten durch. Ja, stimmt, die Musik hat mir gerade so ein bisschen gefehlt. Ähm, ich verbaue hier schon mal die Pistons. Das ist jetzt auch schon gleich mal in den Sand. Okay. Kann ich auch schon mal irgendwie... ...nen Schalter. Ah, ich baue nur einen jetzt. So, ich hätte gesagt, die kann man jetzt doppelt aufnehmen, oder... ...so, dass es halt geht. Nein, sag nicht, das geht nicht mehr. Das ist ja ein Krampf. Ich verstehe es nicht. Warum verändern die alles in Minecraft? Lieber Notch, wenn du noch unter der Leitung von Minecraft bist, mach es wieder zum Alten, weil das ist so ein bisschen... Oh, diese Musik kann ich so viele... ...so schöne Predigten halten. Predigten, wie auch immer. Notch, mach doch wieder... ...mach doch wieder Minecraft, so wie es mal war. Damals, als man es noch zocken konnte. Denn heute... ...ist es nicht mehr so spielsam wie damals. Denn damals... ...war alles besser. ...und jetzt kommt die Musik. Nochmal kurz probieren hier. So, und so, und so. Und die Stardom. So, ich habe gesagt,, Mann, das regt mich gerade so ein bisschen auf. Geht das noch? Ja, so kann man es machen. Hier draußen das hin. Und dann... Dann machen wir es so. Das wir eben... Jetzt brauche ich noch... So. Oh, nee, ich brauche noch mal drei Stück. Oh nein, jetzt kommt schon wieder die laute Musik. Jetzt muss ich wieder dagegen anreden. Ich hoffe, ihr versteht mich. Oh. Okay. Gut. Ja, aber gut. Das hier. Dann könnte hier oben theoretisch das Wasser rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Dann müsste es hier eigentlich runterlaufen. Normal. Obwohl es eigentlich nicht runterlaufen soll. Mal schauen, ob ich das Schild dahin mache. Oder was ich dahin mache, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Oh, nee, dann seht ihr alle mein Seed. Nein, das will ich nicht. Ich mache das jetzt... Oh, upsala. Instinktiv möchte ich das jetzt... Mal schauen. Mal schauen.